Zweiter Rutsche, Multi-Pista. Die Multi-Pista ist eine etwas kleinere Multi-Rutsche, also eine Wellenrutsche, die in Farben Orange, Blau und Gelb vermeint sind. Dort geht es etwas weniger hinauf zur Mitttreppe, aber auch sehr schön zu rutschen. Eine extrem gute Qualität, auch von Rutsche, obwohl ich nur eine Pistikrutsche bin. Eine typische Rennrutsche, wenn man zu dritt besser dafür geeignet, wenn man für bis zu fünf Personen oder sogar sechs Personen gleichzeitig auf diese Rutsche rutschen.